Heute ist hier Tornado-Zeit, ey. Wahnsinn. Ja, so ist ganz komisch, ne? Hier ist sonst schon was los, Alter. Der hält sich aber ziemlich hartnäckig da an der Stelle. Jetzt löst er sich auf. Ey, ich hab ne Zuppe gehabt eben. Kann man das sehen? Ey, ist ja Wahnsinn, voll die Windrose. Ey, Tornado auf der Ostsee. Wahnsinn, wa? Ey, was für ein Schauspiel. Geh dir das mal an. Ey, da ist noch einer. Ja, da ist noch ein Zweter da oben rechts. Ey, das ist ja cool. Boah, das ist ja so weit runter hier, wa? Wahnsinn. Also solange das noch so weit weg ist, hab ich keine Panik. Keine Panik? Keine Panik. Keine Panik. Ja, Panik ist anders. Wahnsinn. Ja, siehst du, durch die Wolken durch, ne? Das ist ein Schauspiel, ey. Da kommt noch einer rechts oben, siehst du das? Ja. Jetzt zieht der andere auch runter. Ja. Die Tornadojäger. Hahaha. Ist ja Wahnsinn, ey. Bis mal normalerweise hinfahren. Ist ja fast unten der andere. Wie das aussieht, ey. Ich möchte nicht wissen, wie wir jetzt ihre Kamera rausgeholt haben. Cool. Weg ist er. Weg ist er. Ja. Und der andere hält sie noch hartnäckig. Obwohl, ein bisschen siehst du noch. Wственно, ich newt's halt alles Kater, Ich möchte nicht in die Kamera gefolgt. Und das geht auf den Tag die Saant. Vielen Dank.